Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Part 1? Wie Part 1? Ich hasse, dass wenn das so geteilt ist. Sieht anders aus als die anderen. So, moderner. Na gut, ist ja AD-Dings. Ich seh jetzt schon viele tote Leichen, wenn ich seh, was in dem Bus abgeht. Achso, ich will nicht zurück, bleib ich dann auch irgendwo hin. Kennt ihr das in so einem Schulausflug, wenn man irgendwo in Zoo geht mit der Schule oder in irgendeinem Park und die Lehrer dich dahin schleppen und dahin schleppen und dahin schleppen und dann heißt es so, jetzt dürft ihr euch eine Stunde frei bewegen, dann treffen wir uns wieder hier und gehen zwei Stunden dahin, wo wir Lehrer das wollen. Ich fand solche Ausflüge immer total scheiße. Oh, oh. Junge, was ist das für ein kleiner Käfig? Alter, der hat ja überhaupt keine Bewegungsfreiheit. Ja, quetsch die Käfig rein. Na gut, doch, das kann wirklich passieren, wenn dir neben dir so einer Glas kaputt raut, dass du alles in die Fresse kriegst, wenn du da so ein Eis frisst. Junge! Welcher Zoo hat bitte solche Affen? Oder was? Ich weiß nicht, wie man diese Affenarten-Tiere nennt. Ich fände, der hat einen Fallschild drauf. Oder? Ja, okay. Hä? Oh! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Klasse! Voll ins Auge! Oh! Ah, scheiße! Wie dumm! Sehr gut! Ich hatte mal in der Schule einen Kumpel, der hat sich Feuerzeuggas in den Mund gemacht, heute das Feuerzeug anmachen und das spucken. Hat es auch gemacht und danach hat er wieder eingeatmet und das ganze Feuer wieder zurück in sein Gesicht gezogen. Die ganzen Augenbrauen waren verbrannt. Mach das nicht zu Hause nach! Oh nein! Wie lange der wohl gepennt hat? Wie ist das denn passiert? Mittenscheu! Schon fast verdaut! Gut! Jaja! Hagia! Waaah, f**k, Alter! Voll mies! Oh, oh, ich ahne Schlimmes. Ich sehe ein kaputtes Auge. Also ich besuche da mal dieses Jahr kein Zoo. Hat das jemand mal von euch probiert, ob das wirklich funktioniert? Oh, voll durch den ganzen Schädel, Alter. Und dass der hinten plötzlich Horn hat, fällt nicht auf. Oh, jetzt ist es alles auf. Wie toll. Oh. Also wenn das jetzt hier Zelda wäre, würden die ganz schön Ärger von den Hühnern kriegen. Boah, wie viele sind denn da? Wie viele Küken, Alter? Junge, oh, fuck. Das gibt viele Chicken Nuggets. Ich dachte, wieso ist der jetzt frei? Oh, oh. Oh, oh. Halt's ab. Die armen Küken, Alter. Verdammt. Verdammt. Oh, nein. Oh. Er hat halt noch so ein halbes Kükenkopf auf dem Kopf. Na, wenigstens hat... Na, wenigstens hatte trotzdem fast alle mit den Nomen... Ah. Bester Ausflug ever. Hauptsache der Betreuer war... Oder Lehrer oder was auch immer. Lebt noch. Okay, die leben ja alle, aber... Nee, nicht alle. Jetzt definitiv nicht mehr alle. Oh, das ist geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede mich und bin damit. Ja. Ja. Mach已. Ja. Da. Ja. 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 Ce.